Ich will daran erinnern, wir waren auch in der europäischen Diskussion schon mal sehr viel weiter als heute. Mit einem französischen Kollegen damals, noch in der Zeit von Präsident Sarkozy, kann ich mich erinnern, dass wir gemeinsam in Deutschland-Frankreich zwei große europäische Konferenzen in Gang gesetzt haben, mit sehr viel Zuspruch von kleineren Ländern, uns dieses Thema des Steuerbetruges, auch der grenzüberschreitenden Steuervermeidung von großen Unternehmen anzunehmen. Wir hatten große Unterstützung von einem Mann, den ich sehr schätzen gelernt habe, das ist der Generaldirektor der OECD, ein Mexikaner, ein Chiel Gurrier, und wir waren in der europäisch-internationalen Debatte schon mal sehr viel weiter. Der damalige Einfluss von uns mit Unterstützung der Franzosen der OECD reichte so weit, dass wir es sogar in einem Kommuniqué, in einer Ergebnisbeschreibung einer G20-Konferenz hatten. Zwischenzeitlich hat sich, wie Sie sich erinnern, diese Bundesregierung vorgestellt, mit der Schweiz ein Doppelbesteuerungsabkommen abzuschließen, in der Steuerbetrüger weiterhin anonymisiert und amnestiert werden sollten. Deshalb ist dieses Thema für uns Sozialdemokraten auf Landes-, auf Bundesebene nach wie vor eines der drängendsten. Und ohne dass ich in einzelne Maßnahmen gehen möchte, schon aus Zeitgründen, die können Sie alle nachvollziehen in das, was Ihnen auch vorgelegt wird, es spielt auch eine gesellschaftspolitische Rolle. Da sind erstens sehr viele Menschen, die im Zuge der Banken- und Finanzkrise verzweifeln, ob denn diese soziale Marktwirtschaft noch so gilt. Sie machen die Erfahrung, dass Gewinne privatisiert und Gewinne sozialisiert werden. Sie stellen fest, dass der Steuerzahler der letzte Haftende ist in einer langen Reihe für das Versagen, für die Risikoignoranz, für die massiven und krassen Fehlentscheidungen im Bankensektor. Das wirft die erste Frage auf, ob dieses System der sozialen Marktwirtschaft aus der Sicht von vielen eigentlich noch die Balance, den Sinn für Maß und Mitte darstellt oder nicht. Und dann machen Sie zusätzlich dazu in diesen Jahren die Erfahrung, dass einige glauben, sie müssten sich nicht an deutsche Steuergesetze halten. Sie stünden so weit oberhalb der Gesetzeslage, dass einige sogar mit Unterstützung auch der FDP und von anderen sagen, das ist ja eine Art Notwehr, die die ausüben, gegen die prohibitiv hohen Steuersätze. Abgesehen davon, dass die Steuersätze in Deutschland keineswegs prohibitiv sind im internationalen Vergleich, kommt damit auch ein Rechtsverständnis zum Tragen, wo die große, weite Mehrheit der ehrlichen Steuerzahler sich die berechtigte Frage stellt, was ist hier eigentlich los? Was ist hier eigentlich aus dem Lot geraten? Und die SPD wird auf Landesebene und auf Bundesebene mit Herrn Schäfer-Gümbel als Ministerpräsident und mit mir als Bundeskanzler nicht nur hier dafür Sorge tragen müssen, dass dieses Land wieder ins Lot kommt. Das erstreckt sich, um eine zusätzliche Bemerkung zu machen, übrigens nicht nur auf den Steuerbetrug von Privatpersonen, sondern es erstreckt sich auch auf die legale, betone legale, damit ich nicht missverstanden werde, Steuervermeidung großer grenzüberschreitender Unternehmen. Ich muss Ihnen ehrlich gestehen, dass ich gelegentlich Mühe habe, Disziplin zu wahren, wenn ich von manchen Unternehmensvertretern großer Konzerne eine Klageführung über die nominalen Steuersätze in Deutschland höre. Zum Beispiel für eine Aktiengesellschaft, eine GmbH, beides Kapitalgesellschaften, die übrigens aus der Steuerpolitik der letzten zehn Jahre eher Begünstigungen gehabt haben. Weil ich weiß, dass viele dieser Unternehmen gar nicht die nominalen Steuersätze zahlen, sondern ihre effektiven Steuern sind teilweise unter zehn Prozent. Indem sie das Steuergefälle und das Gefälle europäischer Steuersysteme systematisch ausnutzen und Gewinne dorthin verschieben und dorthin verlagern, wo sie entsprechende Vorteile haben im Vergleich zu der Situation in Deutschland. Das ist übrigens die größte Wettbewerbsverletzung gegenüber den vielen deutschen Familienunternehmen, mittleren Unternehmen, kleinen Unternehmen, die diese Verlagungsmöglichkeiten nicht haben, die auch aus ihrem Ethos heraus gar nicht auf die Idee kämen, das zu tun, wenn es die großen Unternehmen machen, ausländische wie auch deutsche.